Dann haben wir einen echten Steel Drum Bauer zu Gast, das ist der Eckhard Schulz. Steel Drums, das sind übrigens diese Ölfässer, mit denen man Musik machen kann. Vielleicht kann uns der Eckhard schon mal so einen kleinen Vorgeschmack geben. Dankeschön. Nachher erzählt er uns mehr über seine Arbeit. Dazu gehört natürlich auch eine echte Steel Drum Band, das ist heute die Sunshine Steel Band. Dann darf ich euch doch mal meinen Assistenten nachher beim Ferienkalender vorstellen. Das ist der Stefan, der kriegt natürlich von euch einen extra Applaus. Jetzt sehen wir uns aber erstmal den berühmten Meisterdetektiv Sherlock Holmes an. In London soll er den Fall einer gefälschten Mauritius-Marke lösen. Sherlock Holmes und sein Helfer und Freund Dr. Watson, das sind keine Geringeren als Hans Albers und Heinz Rühmann. Viel Spannung bei dem deutschen Spielfilm aus dem Jahre 1937, der Mann, der Sherlock Holmes war. vom 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 Musik So, das war der Film Boomer. Und ihr seht gleich noch enorm in Form. Das war heute unsere letzte Sendung aus München. Nächste Woche kommt das ZDF-Ferienprogramm aus Wiesbaden. Und damit möchte sich unser gesamtes Film-Team hier in München von euch verabschieden. Tschüss, vielleicht bis zum nächsten Jahr. Hallo Leute, es war Ferien. Alle machen blau von Flexburg, Missa, Oberammergau. Denn es war Ferien, kommt mit viel Dank an. Und in Formatio schickt wieder unser Ferienprogramm. Unser Ferienprogramm. Und in Formatio schickt wieder unser Ferienprogramm. Und in Formatio schickt wieder unser Ferienprogramm. Und in Formatio schickt wieder unser Ferienprogramm. Musik Musik Musik